Was geht ab Bose und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal Bose heute ein ganz besonderes video denn heute zeige ich euch meine lieblings klasse in warzone ja also ich habe mehrere lieblings klassen aber das einfach eine unter den top 3 würde ich sogar sagen eine absolute lieblings klasse die ich in caldera als auch in rebirth empfehlen kann und auch sehr sehr gerne zocke und zwar ist das diese klasse hier als sturmgewehr habe ich die xm 40 von black ops dabei in dieser konfiguration weil einfach die waffe alles mögliche mit sich bringt ja sie hat eine sehr gute schussrate sie hat eine sehr sehr gute präzision und der schaden ist auch brachial bose also eine allzweckwaffe einfach als sturmgewehr für mittlere und natürlich weite entfernungen als zweiter habe ich dann natürlich eine smg dabei aber in dieser konfiguration die xm 40 ist einfach nur brachial so zweite waffe wie schon gerade angesprochen ist eine smg und das ist die ots 9 von black ops also zwei black ops waffen und ich finde einfach dass diese smg einfach die stärkste ist die es im spiel überhaupt gibt ich meine schaut euch die werte an natürlich wurde sie mal runter genutzt aber die werte sind einfach nur brachial alter wie viel schaden wir die schussrate und wie viel kontrolle ist einfach nur mega im nachkampf einfach eine brutale waffe sie hat leider einen nachteil und das sind die 40 schussmagazine aber mit denen muss man halt einfach zurecht kommen ansonsten eine sehr 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 starke smg für kurze distanzen aber man kann auch auf mittlere distanzen gegner richtig runter scheppern ich habe sie noch nicht mal voll gespielt aber ich habe mich schon echt in dieser kurzzeit in sie verliebt so ja so sieht auf jeden fall meine klasse aus meine lieblings klasse beziehungsweise einer von den top drei und mit der wenn wir jetzt auf jeden fall mal rein gehen und dann zeige ich euch was diese klassen so in sich haben und drauf haben muss also ich wünsche euch viel spaß wir sind uns im game bis gleich es dauert mal wieder ewigkeiten bis wir ein spiel finden bros und zudem noch bros ich war Weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, wir haben jetzt hier ein Spiel gefunden, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Alter, was waren das bitte für Neuigkeiten und was war das bitte für ein Video von Modern Warfare 2, was dieses Jahr erscheinen wird am 28. Oktober. Es wurde offiziell nun bestätigt, das Datum und wurde auch ein kleiner Trailer gezeigt, was einfach nur mega war. Ich zeige euch hier mal kurz das Cover. So sieht das Cover aus für dieses Jahr, für das Modern Warfare 2 mit Ghost. Ghost und was ich am meisten feiere, Ghost ist einfach wieder back. Captain Price, Soap, Ghost und, und, und. Alter, so geil. Ich freue mich so krass auf dieses Spiel, weil ich einfach daran glaube, er wird mich abschieben, ja. Ich glaube einfach daran, dass dieses Jahr Call of Duty wieder dahin kommen wird, wo es hingehört, Ghost. Es wird dieses Jahr alles richtig machen und es wird dort wieder hochkatapultiert werden, wo es am Anfang war und wo es auch hingehört. Und ich glaube daran, ich will die Hoffnung nicht aufgeben und ich werde sie auch nicht aufgeben, weil ich es einfach spüre, Alter, dass dieses Spiel wieder ganz oben dabei ist. Modern Warfare zudem auch mein Lieblings Call of Duty einfach und die Macher haben jetzt auch ungefähr 3-4 Jahre Zeit gehabt daran zu arbeiten und haben auch viel Geld bekommen als jetzt bei den vorherigen Call of Duties. Die Macher haben sehr viel Kritik in den letzten Jahren eingesteckt, Vanguard ist gefloppt und jetzt muss einfach wieder ein krasses Call of Duty herbost. Und das wird auch kommen, vertraut mir da einfach mal. Wenn es nicht stimmt, Digga, dann sollen mir, keine Ahnung, 4 Beine abfallen, scheißegal. Auf jeden Fall gehen wir jetzt ins Game. Mehr gibt es zu Modern Warfare 2 jetzt auch nicht zu sagen, aber ich wollte es einfach noch kurz erwähnt haben in diesem Video und gezeigt haben. Wir gehen jetzt auf jeden Fall ins Game, probieren unsere Lieblingsklasse und dann würde ich sagen, viel Spaß. Digga, wie schauen die aus, Alter, was sind das für Arme? What the fuck? Hat der was an oder nicht? Texturentechnisch natürlich katastrophal, aber ja, FPS ist wichtiger. Einfach dasselbe. Dass man durch diese Zelte immer noch so krass schießen kann. Es regt mich einfach nur auf. Gott, wir haben sie echt bekommen. Also, ich glaube, ganz schön. ernsthaft wird sich da jetzt verstecken oder was schießt er ernsthaft mit bazooka alter ja werde ich auch noch von dort gesnipet dummer pisse alter ja 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 Das war's. Oh Mann, Alter. Das war der letzte. Boss. Geil. Einfach nur geil. Ich liebe diese Waffe. Ich liebe die OTS-9, Alter. Es ist so eine brachiale SMG, Boss. Ihr habt's selber gesehen. Mit der XM4 auch sehr, sehr geil. Wie schnell wir die Crack bekommen haben. Aber die OTS-9, Boss. Ihr müsst es zugeben. Einfach eine Wahnsinns-SMG, Alter. Sau geil, Mann. Feier ich hart. So, die allererste Runde. Sie war ein bisschen chaotisch. Hat jetzt nicht so viele Kills gemacht. Aber, ja. Ist gut gelaufen. Ein Win wurde es trotzdem am Ende. Ey, ich glaube, den letzten, den wir gekillt haben, das war der, den wir die ganze Zeit gejagt haben, der uns zehnmal mit der Bazooka abgeschossen hat. Kann das sein? Und er hat uns am Ende wieder versucht, den Bazooka abzuschießen. Was bist du für ein Hund, Alter? Gut, sechs Kills war jetzt echt nix. Aber, ja. Geile Runde. Wir gehen auf jeden Fall in die nächste, denn ich will mehr von diesen zwei Waffen zeigen. Also, Boss, dranbleiben. So, Boss, ab in die nächste Runde. Let's go. Let's do this. Mean. Again. Back to back. Werden wir es back to back schaffen? Ey, ich feier den Skin so, Mann. Also. OTS-XM4. Favourite-Class-Wiederholung. Und diesmal gehen wir in Control. Ein bisschen mehr Action. Let's go. Komm. Hinter mir. Hinter mir vor mir. Hinter ihm war auch einer. Das hat ihn gar nicht gejuckt. Ja, gut. Control ist halt Chaos pur, Alter. Oh, Gott. Fuck. Ey, es ist so ein Chaos, Mann. Wir müssen wohl landen, wo ein bisschen weniger los ist. Digga, da ist hier jemand auf dem Schiff. Digga, dieser Geräusch von Radarstörer. Einfach R2D zu. Okay, hier haben wir alles. Wir sollten vielleicht wieder Richtung Control. Da sollte jetzt weniger los sein. Da geht es aber immer noch gut ab. Äh, du bist immer eine Aufnahme, ne? Kannst jetzt machen, was du willst, weil ich schneide sie raus. Du hast alles zerstört, Alter. Ich bin so froh, wenn diese Scheiße endlich vorbei ist. Boah, ist aber was noch viel krasser ist. Nochmal zu MB2 zurück. Ja, das soll jetzt so ein Video werden über meine Lieblingsklasse und so ein bisschen MB2-Dingen. Ja. Digga, bitte halte die Schnauze. Ich will über MB2 reden. Das Krasseste ist einfach, es geht ja auch übelst durch die Decke aktuell. Es ist auch hier auf dem Times Square und was weiß ich alles schon beworben. Und das Heftigste ist, es gibt Anzeichen. Was heißt Anzeichen? Es wurde so leicht angedeutet, ja, von gewissen Personen, die zu Infinity Ward und so sehr, sehr nah stehen. Ähm, dass SBMM verschlechtert werden soll. Also es soll weniger werden. Allein schon das hier, ja, das ist so eine kurze Info. Das ist nicht viel, aber es ist eine kurze Info. Oder dass sie es allein schon ansprechen, zeigt schon mal, dass die Hersteller wirklich gelernt haben. Dass sie was ändern wollen, dass sie was verbessern wollen, auf jeden Fall. Und das ist ein gutes Zeigen für mich in die richtige Richtung. Genau so muss das auch jetzt aktuell für Call of Duty laufen. Ansonsten wird es sehr, sehr schwer. Also wenn dieses Call of Duty dieses Jahr ploppt, dann ist es mit Call of Duty echt gelaufen. Also es ist einfach so, weil Modern Warfare war eigentlich für mich perfekt. Das Game war einfach nur perfekt. Was jetzt so die Technik und sonst was angeht, ich habe das Spiel extrem gefeiert. Aber es hat auch eben seine Fehler gehabt, was jetzt nichts mit dem Spiel zu tun hatte. Wie zum Beispiel eben SBMM. Lol, er ist nicht gestorben. Ja, und zwar so SBMM und so ein Zeug, das gehört halt einfach dazu, was das Spiel immer verschlechtert hat, meiner Meinung nach. Oder halt eben unspielbar gemacht hat. Und das ist auf jeden Fall der richtige Schritt in die richtige Richtung. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, was uns noch so erwartet. Bin so nervös und so aufgeregt immer, weil jeden Tag was kommen könnte zu dem Spiel. Und auch die nächsten Monate so mit weiteren Trailern und vor allem dann das erste Gameplay-Video Bows. Boah, es ist einfach wieder so ein Gefühl wie damals, wo man auf MW2 oder MW3 gewartet hat. Und ich denke jetzt schon dran, dass MW3 vielleicht danach sogar kommen könnte. Also auf jeden Fall sehr, sehr geiles Gefühl. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin echt gespannt. Seid auch gespannt. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich werde dir immer wieder was dazu erzählen. Und dann schauen wir mal, was uns in Zukunft noch so erwartet einfach zu dem Spiel. So, und jetzt gehen wir auf jeden Fall in die nächste Runde mit unserer Lieblingsklasse. Digga, wir finden hier ganz schön viel. Digga, wie schnell bin ich down, Alter. Das muss man auf jeden Fall auch überarbeiten im Warzone 2. Es geht gar nicht, Mann. Die Drop-Time ist katastrophal. Ja, wahrscheinlich stirbt er nicht damit, Digga. Er stirbt nicht mit zwei Shotgun-Schüssen. Oh mein Gott, gegen so etwas verlieren wir, ey. Ich könnte durchdrehen. Ich könnte einfach nur fucking durchdrehen bei diesem Spiel. Das ist so dumm. Es ist so dumm. Ja, 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 fucking Noob sagt er, Alter. Wohin, wohin, wohin? Was? 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 Digga, was ein Ehrenlose. Mehr oder weniger fällt von ihm. Digga, willst du auch mal sterben, Alter? Ey, ich bin so ein Mongo, Alter. Wirklich, ey, ich verliere auch noch gegen ihn, der zurückkommt. Ich spiele manchmal so shit. Ich spiele manchmal so einen shit zusammen, Boss. Unfassbar. Sind sie wieder hier gelandet? Ich liebe diese Waffe. Ich liebe diese Waffe einfach. So, wir sollten uns ein Dach holen. Er ist über uns. Was, Digga? Ey, wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich einfach nur verarschen, Mann? Schaut dieses Leben an, Alter. Es ist so ein Witz. Es ist so ein fucking Witz, Mann. Wirklich. Mit was für einem Leben, Alter? Und er kämpft da einfach nur mit der PPS. So ein fucking Witz, Alter. Ohne Scheiße. Jetzt nimmt er auch noch meine Waffen, ey. Die Runde hätten wir gewonnen, Boss. Die Runde wäre safe unser gewesen. Aber es war trotzdem eine schöne Runde. Mit einigen Kills. Ja, hoffentlich gescheit, Alter. Genau das geschieht dir recht, mein Freund. Ich glaube, dieser Freeze hat... Er wird gewinnen. Er hätte gerade so hops genommen, ne? Also, ihr habt gesehen, was die Waffen drauf haben, Boss. XM4 und die OTS. In Kombination, so ist sie konfiguriert. Ich habe jetzt den Lauf von Sonderkommando auf Zugriff nochmal umgeswitcht. Ich komme damit ein bisschen besser zurecht, muss ich ehrlich sagen, was die Präzision angeht. Ansonsten, genauso wie ich sie aufgebaut habe, meiner Meinung nach perfekt. Und die OTS in dieser Konfiguration. Probiert es gerne aus, Boss. Ihr habt es gesehen in diesen zwei Runden, wie die reinschallern. Also richtig, richtig geil. Und ja, ich hoffe, die Infos über MW2 haben euch auch so erfreut wie mich. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt Spaß gehabt. Gebt dem Daumen ein Video hoch, wollte ich schon sagen. Gebt dem Video einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal und kommentiert, was euch so anregt. King Kong schreit hier immer noch, aber nicht mehr lange. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Embo. Peace out. Bis zum nächsten Mal.